Vertraue deinem Herzen. Diesen Erfolgstipp habe ich von Schauspielerin Tara Reid bekommen. Und darum geht es in meinem heutigen Blogbeitrag. Besonders für uns Männer ist es oft sehr schwer, unserem Herzen zu vertrauen, der inneren Stimme, dem Unterbewusstsein. Wie du diesem auf die Sprünge helfen kannst, was für eine tolle Übung du machen kannst, damit du nicht nur deinen Kopf hörst und deine Gedanken, sondern auch wirklich das, was in deinem Herzen ist. Das verrate ich dir heute auf www.normen-graeter.com in meinem Blog.